Wunderschönen guten Abend hier vorne, was geht euch, hoffe ich an, geht es gut, mega, ist fantastisch. Wir sind heute im kleinen, verträumten Jörgchen Frieden, muss euch nichts sagen, aber ist sehr, sehr geil. Heute Elektro-Beast-Veranstaltung, The Sound of Isaac, das wird Geisteskrank gestern erzählen, war okay. Heute setzen wir nochmal einen drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, das ist The Sound of Isaac, bis gleich. I don't know if you're still in your head, if I'm still in your head, if I'm still in your head, I'm still in your head. I don't know if we're still in your head, if we're still in your mind, if we're still in your head I don't know if we're still in your mind, cause you never seem to get out of mind I don't know if I'm still in your head, if I'm still in your head So Freunde, das war Vreden, Electro Beast, das erste Mal hier gewesen, es war sehr, sehr geil, die Leute haben super angenommen, ich hab mich wahnsinnig gefreut, super viele liebe Leute, also an der Stelle, Electro Beast, solltet ihr es noch nicht kennen, einfach mal unterstützen, auf Instagram vorbeischauen, mein Name ist Isaac, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abonnement, Kommentar, ihr kennt das Ganze, ich bin raus, ich muss schlafen, bis zum nächsten Mal bei The Sound of Isaac on Tour